also die uralt aachen ist auf dem weg zum neuen gliese forschung hatten wir letzte runde eingestellt die neue voyager ist am nom nom von wegpunkten in grumbridge nein wo ist die wäsche gerade die wäsche 1 im 61 zykne system 61 zykne da ganz oben hier schlappert sie nach und nach ab die voyager 2 und 3 warten auf sprit ja so traurig aber die machen nix kam schiffe stehen rum da kriegen wir bald verstärkung damit auch luna keine probleme macht cargo fleet 1 hat ja keine befehle genau wie kaufi 2 keine befehle hat wegen spritverbrauch und alle terraformer die terraformer sind in gliese im alten gliese 892 und die sind alle bei venus nun mal so neugierhalber da wir jetzt jedoch recht viele tage übersprungen sind wie geht es bei venus sind wir jetzt vielleicht schon richtung 24 ganz vielleicht doch doch atmospheric pressure ist bei 23 wir haben angefangen 25 es geht temperatur ist eher gerade ein problem ja das wird sich auch nicht so super schnell ändern also wir könnten irgendwie frigosium reinpumpen aber ich würde ungern jetzt noch mehr druck da drin aufbauen also einfach nur immer weiter co2 rausnehmen wo es ist positiv also wir haben noch bestimmt 50 jahre was dran zu tun dass nur der druck weg geht aber es ist ein anfang ja wir haben auch wo sind terraforming station ist da elf stations bisher erst aber da haben schon alle arbeiter die dran arbeiten also es bringt auch nichts mehr terraforming stations herzubringen ich habe kein auftrag mehr für terraforming stations bei euch ne du hättest gerne noch 6,64 infrastrukturen ist gern noch 1000 minen die 1000 minen können raus ja wir haben keine arbeitskräfte über die minen benutzen könnten das war ein denkfehler meinerseits bei gliese werden wir später welche haben und das war's der rest braucht noch das heißt wir könnten auch die terraforming stations aber das ist gar nicht mehr für die terraforming stations abbrechen was machst du denn wenn es eine handvoll automated minds bringen das bringt aber nicht wirklich viel du wenn es financial center bauen aber ich kann auch nicht so den sinn drin hast denn viele arbeitslose geht nur 96 millionen construction factory die ging ja das liebe ich doch fabriken zu bauen um mehr fabriken zu bauen und mehr fabriken zu bauen create also eine throne immer sich gut erholt dank dem kometen nummer eins in proxima zentauri bei proxima ja also 1000 stück das brauchen gebe ich drei jahre aber es geht immer schneller das ist okay luna baut nix mars baut nix venus baut nix die waren alle nix richtig so also forschungsschiffe industrie haben wir soweit durch die fehlermeldung ist noch von der was haben wir schon behoben ich glaube schon nehmen 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 reset fertig ja viel production können leider nur 14 labore ich kicke dich mal ganz kurz und lass dir mal anders machen ne das ist nicht hier das ist hier es gibt es gibt oh sara warum warum hast du wenig labore nur du hast du einen richtig schönen boost dann kriegt sie hoffentlich so genaue erfahrungspunkte und hier auch eugen hätte auch 40 prozent aber halt auch nur zehn labs das müssen irgendwas zu tun geben erhöht bitte shipyard operations haben wir noch acht über ne noch was anders energiewaffen richtig großer laser block block so weiter ship construction laser system die fern 005 ist da das heißt jetzt schenke luke und läuto geben Lunar Summary Was? 294, 240 Warum? Kampfschiffe Soul Defense Fleet Es gibt hier irgendwo Werte Heißt Defense Rating Oder Guard Rating Oder irgendwas in der Richtung Protection Value Das könnte es der sein Ja, 5 mal Wo ist Nummer 1? Du bist Nummer 1 Bist du Laser Du musst umbenannt werden Erstmal nennen wir Den hier um Aber benennen den gar nicht um Das nehmen wir zum Copy-Pasten Und dann benennen wir dich um Zu 0,1 Ja Also wir haben 5 Stück Die jeweils 40 bringen Sind 200 Und wer nur Ramsch Der Punkte gibt Also ja, nee Das reicht doch noch nicht Hat man noch einen zweiten in der Warteschlange Da? Nö Dann Das Ding braucht unbedingt mehr Slipways Aber das muss warten Soul Defense Fleet Laser Defense So Wobei, nee Das kann man parallel machen Ja, Ad Slipway Selectivity Gut Ist erst in anderthalb Jahren Und noch so fertig Aber es wird dann helfen Schnell auch Schiffe zu produzieren Falls mal in Angriff kommen sollte So Voyager 1 Wie sieht es spritmäßig aus? Das Sprit ist okay Nein, das Sprit ist Hälfte Aber im Endeffekt Der Service Pack Seht nicht gut aus Nee Unterbrich mal Was du da gerade tust Remove all Standing orders sind aus Und geh bitte wieder zurück Nach Seoul Zur Erde Refuel und Resupply Und dann mach erstmal gar nichts Und ist schon zu Hause In einem Monat kommt die ganz gut voran Fertig, fertig, fertig Unrest ist auf 65% Na gut, aber Luna produziert Nur ein bisschen Geld Und wir haben inzwischen Ein Bruch von 124.000 Das ist okay Voyager 1 hat Showleaf Beendet Sind also völlig entspannt Wir haben einen neuen Forscher Für GroundComb Das ist nicht ganz so wichtig Ebenberger Mining Limited Und 2001 QF2 Das ist bei uns im Solsystem Genau, ich könnte das mal als Gelegenheit nehmen Nochmal unseren zivilen Minen zu beprüfen Ich denke nicht, dass sich jetzt irgendwas verändert hat Also alle unter dem Wert von 2 oder 3 Wollte ich besteuern Und alles andere kaufen Wobei ich das alles nicht so wirklich kaufen muss Aber wir haben Geld über Das ist okay Also lieber kaufen 1,6 ist fraglich Solange ich im Plus bin Kaufe ich das noch auf Aber die stehen hier alle auf der Kippe Alle unter 2 Außer Neutronium Das würde ich schon eher gekauft werden Weil wir das halt recht viel brauchen Genauso wie Corundium Und Boronid Hatten festgestellt glaube ich Boronid müsste für die Fuel Refinery sein Du bist besteuert Der Besteuert Es wäre echt schick Wenn sie anfangen würden Da drüben auch aufzubauen Weil inzwischen haben wir ja auch Eine Kolonie Außerhalb unseres Saisonsystems Mit über 10 Millionen Aber da kommt gerade nichts Warten die vielleicht darauf Dass ein Sprungschiff Für die irgendwie an dem Tor ist Also sie brauchen es nicht Weil es ja stabilisiert ist Aber wer weiß Wie die KI da arbeitet Okay Besteuert Gekauft Gekauft Besteuert Und die hier haben noch gar keine privaten Sachen Aber die haben halt Grundium Das ist bei uns im Sonnensystem Warum haben wir da noch keine Automaner hingeschickt? Titan Ja das ist nur wegen Neutronium Hier Stefan Otherma Achso der ist bestimmt ganz draußen Ich denke schon Stefan Du bist new Das ist transnaturisch Kann ich genau nachgucken was das ist? Summary Ist so Sektor Ist sehr sehr klein Sonst hätte es nicht so eine Kringe Das da Genau so ein 10 Kilometer Durchmesser Ich sollte lieber hier gucken Minerva Super Jovian Hat schön viele Monde Die wurden auch noch nicht gescannt Richtig? Ja ich glaube U heißt unexplored Auch wenn es massiv unpraktisch wäre Wenn Minerva Irgendwas hätte Warum man halt nicht so gut rankommt Da ist Stefan Colony Cost Nein Distance 1,3 Milliarden Oh ok Minerva ist 32 Milliarden Da geht Stefan ja fast Aber was genau bist du? Du bist kein Bist ein Komet oder? Achso steht dahinter Ja bist ein Komet Das heißt der kann auch mal wesentlich weiter weg sein Aber wenn jetzt 1,3 Milliarden Kilometer weit weg ist Müsste eigentlich hervorgehoben werden Ich könnte raussuchen Dass hier einfach alle Sachen ausgeblendet werden Die keine Kolonie haben Also Mineral Packets erstmal alle aus Dann Mineral Concentrations aus Ist eine Überlagerung Asteroids with Mining Kolonien Nix only Nö 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 Die sind praktisch Das sind die Kometen Aber ich finde es wohl Stefan nicht Ah Da ist er Ok Er ist gerade auf dem Weg rein Das heißt es wäre die perfekte Gelegenheit Ihn jetzt zu beschmeißen Mit Auto Mines Und das nächste Mal Wenn er Also dann einfach irgendwo Wegfliegen lassen Und das nächste Mal Wenn er in die Nähe kommt Dann ihn einfach manuell zu entladen Warum nicht Wolf Harrington Hat 197 Angebot Komet 1 Oh Hat die doch nicht mehr in der Anforderung Ok Ja Dann mach ich kurz mal ganz kurz hier So Und er Da müsste noch bitte ein Wir müssen mich gar nicht warten Dass er nach Hause kommt Wir können einfach ein Mass Driver hinschicken Und Jetzt zu ihm Request Ein Mass Driver Und 190 Automines So Du darfst jetzt Wenn denn nachher der Mass Driver kommt Achso Kannst du noch nicht einstellen Ok Wenn nachher der Mass Driver da ist Müssen wir noch hinspringen So Dann können wir jetzt Bei der Klick an Richtig Neutronium 216.000 Accessibility 1 Oh Das ist lecker Das ist lecker Lecker Das ist das neue Gliese Ja Ach Und zwei Mach wieder Probleme Ja Ich weiß Oh Da haben wir viel Ähm Alles noch in Gliese Und wichtig Ui Schön großer Vorrat Aber schwer abzubauen Ja Oh 1,8 Millionen Grunium Boronite Uh 1,3 Millionen Das könnte man halt gezielt abbauen Also kann man nicht gezielt abbauen Aber könnte unter anderem auch mit abbauen Ähm Um schneller Few Refinaries zu bauen Das Das wäre auch noch ein ganz nettes Konzept Dass man Automines Oder Minen selber auch spezialisiert Auf eine Mineralienart Und nicht von jedem immer eins abbaut Aber dafür die Mineralienart Dann doppelt so viel Wieder dreimal so viel Research complete Dann machen wir doch gleich noch mal Fuel Wieder von ihr Wieder mit 14 Haben wir den Längen Ja ein bisschen weiter auf der Erde Das waren jetzt 3,4 Monate Die ich rumgeklickt habe 14 Millionen Das sieht doch schon gut aus Okay Dann Voyager Erde So du hast schon Refuel Auftrag Ja die Voyager 1 ist durch Dann du Erde Refuel und Resupply Voyager 3 Erde Refuel und Resupply Wir springen mal 5 Tage vorwärts Job 2 und 3 sind fertig Ja Aber sind sie auch aufgefüllt Yep Yep Okay Wir können jetzt endlich Mit 3 davon auf einmal was machen Wir springen also mal durch 3 Löcher Wir könnten auch weiter Scannen In Cygni zum Beispiel Warum auch immer da noch keine Prozentanzeige ist Aber ne Ich springe lieber durch Groombridge und LHS Das heißt Voyager 1 Groombridge Unexplored Jump LHS Unexplored Jump So Du LHS Jump Und innerhalb von den paar Klicks Habe ich jetzt festgelegt Dass Mit dem nächsten Klick Auf der Karte hier Oder Man sagt hier Gleich 3 ganz neue Sonnensysteme aufkloppen Ohne dass wir ein halbes Jahr Warten müssen Jeweils an den verschiedenen Enden Also es ist schön Also es wäre schön Wenn die Voyager jetzt noch länger Unterwegs sein könnten Und nicht so schnell zusammenbrechen Und weniger Treffstoff verbraucht Und so weiter Aber Ne Es ist schon mal schön das zu haben Also jetzt Decke 10 Tage Gebrochen wir Video An den anderen auch Flop So Voyager 1 War schneller Wir sind im System 2M 1 5 4 0 Das sagt mir mal nichts Zur Abwechslung Also zumindest Keine Anspielung Die ich kenne Oder irgendeine Referenz Über Real life Sonnensysteme Die ich aus Diversen Sendungen Kenne Äh Was haben wir denn hier Nüßchs Gar nichts Ja das ist schade Dass hier gar nichts ist Äh Denn da Auf die Voyager 1 Achso Standing Order Ja Survey Nearest Survey Location Ich mach das mal bei allen wieder an Das nachdem sie durchgesprungen sind Sie auch bitte denn Zumindest anfangen zu scannen Aber jetzt kommt eh gleich die Voyager 2 und 3 Oh Voyager 2 hat eine neue Verbindung zu dem Benat-Sternensystem aufgebaut Oh Ähm Ähm Okay Das heißt die Voyager 2 Springt jetzt bitte bei dem Alten Gliese noch da rein Um zu gucken wo es da weiter geht Ja kaum spricht man einmal von Querverbindungen Kommen sie alle ne Vorher hatten wir nie sowas Und jetzt ploppt das alle naselang wieder auf Also Voyager 2 Movement Order Gliese Unexplored Jump Voyager 3 Hat Krüger 60 gefunden Da ist was los Ja Hat Definitiv viele Planeten Und Was bist du? Oh es ist ein Binärsystem Da ist wieder eine Sonne da Aber eine ziemlich nah drane Sonne Also hier wird nichts leben Die Strahlung wird das alles wegbrutzeln Denk ich mal Aber wir haben Drei Planeten Die kolonisierbar wären Hier könnten sogar 8 Milliarden drauf Warum bist du orange? Mercury ist auch orange Weil es zu heiß? Nein Das hat mit dem Berto nichts zu tun Hm Das weiß ich jetzt nicht Das ist das falsche Krüger Da Ja also drei schöne Planeten bisher Als Urlaubsziele oder Kolonien Die einfach nur Geld produzieren Ob die jetzt noch was Schönes haben Ist eine andere Sache Aber ich glaube ich schicke mal Die Voyager 3 manuell dahin Willst du den Monden? Ja okay Ich ticke das mal Asteroid 117 Ein Surium Mit Accessibility von 1 GZ Wobei hier das ist gut 10.000 Koronien mit Accessibility von 1 Ich wollte eigentlich das so durchklicken lassen Ja wobei Stopp Der überspringt aber viel zu viele Sachen Die mich interessieren Ja Das wird leider nicht gefiltert Wenn sie irgendwelche guten Sachen finden Also das ist der eine Den wir gefunden haben Der wird doof Aber hier Mercasium 1,5 Millionen ist okay Surium mit Accessibility 1 Wobei das haben wir recht häufig Dass es Leicht erreichbar ist Der Rest ist egal Ne dann mache ich wieder die alten Sprünge hier Sollten die anderen Voyager Nicht inzwischen auch was gefunden haben Du bist im Krüger Jahr Und 2 Ist noch auf dem Weg Und du bist am Scan Ne okay Dann weiter Shortage auf Neutroni Was? Wir hatten noch 12.000 Und vor Ort Ja so viel dazu Okay Construction facilities abbrechen Und Fuel refineries haben wir jetzt genug Für 100 nicht Nicht mal ansatzweise Wir haben mal 20 Das wären 2400 Und danach Noch mehr Military Academies? Nee Ja doch Brauchen auch wieder Koronium Ich baue trotzdem mal 4 Stück davon Und shipper dann Werden die gar nicht aufgeführt Mit Cherry Academies 4 Stück Und shipper dann 2 oder 3 davon Rüber nach Luna Und nach Mars Auch nochmal 2 oder 3 Dann könnte man nämlich theoretisch Die spezialisieren Ich weiß noch nicht Ob ich es machen werde Aber es hat Halt so ein gewisses Flair Wenn man sagt Okay wir haben jetzt Offiziere von der Erde Offiziere von Mond Offiziere von Mars Und all sowas Nicht alles nur von Von einem Körper Ja So weiter Shortage ist immer noch aktiv Und wir haben auch kein Boronid mehr Für die Fuel Refinery Ich hätte gehofft Dass wir genug Boronid reinbekommen Während die Fuel Refineries Gebaut werden Damit wir auf die 2400 kommen Aber es hat wohl Nicht hingehauen Oh wir haben ein neues System GJ1123 Das lässt Ja Luminosity 00008 Also super Dunkel Am absterben Zeigt man uns her Wo das ist Was ist da hinten Ja okay Mach weiter Duanium Neutronium Mekassium Surium Null Shortage Ja ist bekannt Weiter Äh viel zu klein Schön viel Aber viel zu wenig Das ist jetzt Genau Krüger 60 Ja ich denke mal All diese Erdähnlichen Oder zumindest Nahen Planeten Wenn sie Mineralien Drauf haben Haben sie viel Drauf Aber sie sind halt Schwer zu erreichen Ja damit man halt Langefristig Auch eine Motivation Hat zu ihnen hinzugehen Das heißt Je mehr von diesen Dingern wir haben Und kölnisiert haben Desto mehr Grundeinkommen Haben wir Die Accessibility Ist zwar schlecht Aber wir haben halt Durchgehend ein kleines bisschen Und müssen dann nicht Immer von Asteroid zu Asteroid Hüpfen und recht viel Micromanagement betreiben Und vielleicht reicht Irgendwann dieses Durchgehende Kleine Grundeinkommen Damit wir dann Ne Das Micromanagement Lassen können Und das komplett Auf den Zivilsektor Verschieben So Für Refinery sind durch Oh sie sind Ich habe jetzt irgendwie Vier oder fünf Monate Weiter erklärt Fast ein halbes Jahr Haben wir Oh ist Stefan Da ist Stefan Du Baller Was Du hast bisher Acht Automated Mines Aber dein Messdriver Ist noch nicht da Nö Gut Sammelt sich das hier Ist auch in Ordnung Die 70.000 Die 70.000 werden uns gut tun Wenn sie angekommen sind Auf der Erde Stockpile Stockpile Ich habe immer das Gefühl Ich habe immer das Gefühl Ich verpasse es Dann mach doch mal Dann mach doch mal Da drüber fliegen Die 70.000 Einladen Hier wieder abladen Cycle Du bist auch vorgetankt Wenn Cargo